Hallo meine Damen und Herren, ich bin Captain Joe Treasure Tracker. Nun, der Finale dieser ersten Episode hier. Hier Wingos Wachtturm und da müssen wir hin. Also der wird hier ein Horrorspaß werden hier. Also der ist da oben und wir müssen Toilette befreien. So und deswegen wird es hier echt schwierig. Der kann einige versuchen. Dauern hier. Nun wird es echt windig. So. Wir haben gesagt haben hier. So, was ist da? Nein. Nein. Ich hasse das. Nein. Schössisch. Zastos. Geht's zu den 1. Andern weg. Verde. Ss. 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 So, okay. So, also, rein da. Da oben ist der Final Boss. Die Station. Ja, also, Leute, das Eiersweifen. Hier einer fehlt. Wenn er anwerben muss. So, nun kapiert ich gerade. Ja, die hier. Und wir haben gesagt, yes, aber eins, der man fehlt, hoho, ho, lach nur, Winko, du hast versagt. Und da, bam, und ihr seht nun, total dead, das heißt, wir können dann, irgendwann geht's dann weiter, so, bevor wir, wie gesagt, diesen Level beenden, sage ich euch in der Info, denn danach, geht's dann mit Episode 2 weiter, also, heißt also, neue Level, heißt also, wenn wir, dürfen mehr Toadette retten, sondern, wir dürfen nun, Chou treffen, tja, also, Toadette ist die, Toadette ist die nächste Spielfigur, also Episode 2, und die beginnt nicht heute, nicht morgen, sondern, glaube ich, nächste Woche beginnen sie, wann ja genau, und muss natürlich gucken, ob ich da Lust habe, und nun, los geht's, wir sammeln es ein, und wir können dann, diese Episode abhören, okay, nicht ganz, weil ja noch, ein Kristallfehl, und da ist nun, die Endsequenz, also, da sind die ganzen Rufen und so, aber das Abenteuer geht natürlich noch weiter, denn es kommt nun, nächstes Episode 2, dann noch die Credits, hier, das hat natürlich hier, der ganze Tag, gut, der Halt also, tja, wir haben es geschafft, wir haben Episode 1 abgeschlossen, nun gehen wir Episode 2 weiter, und ich kann nur beraten, dann, danach, kommt was Abendberaubt ist, denn dann kommt dann die Mitte Bonus, geht's dann weiter, und was es damit auf sich hat, ich kann nur verraten, denn ihr wisst ja, Super 2D World, das Projekt, und ihr fragt euch, tja, wieso kommt da gerade keine Parts, tja, keine Frage, wieso, weil wir erstmal Captain Toad Treasure Tracker erstmal komplettieren müssen, müssen, okay, ich werde dann zwischendrin mal 2D World Parts raushauen, und dann werde ich dann ein paar Parts, denn davon gab es von 2D World, und ihr seht's gerade, richtig, gleich ist es soweit, denn ihr werdet mal sehen, das sind so Pilze, cool, und das ist ein Hinweis, auf das, was letztlich kommen wird, natürlich hier, nun, der Hinweis, hier ihr seht schon, Spitzhage rüber, und ihr seht's nun, ich, ach so, Ende, Fragezeichen, Ah, 17 Menschen, und ihr seht, Episode 2 ist unverfügbar, also, das ist, unsere nächste Hürde, zu überwältigen, und was da, was hier wird, weiß ich nicht, da, die Bohren werden wir dann herangehen, wenn wir erst alle 3 Episoden haben, aber, ich denke, der 1 Sample, also, die nächsten Sample heißt, ihr müsst ja noch, zum Glück plötzlich, dann noch die anderen Läden noch, noch machen, das stimmt ja, da fehlen ja noch ein paar, wieso ist mir das nicht gleicher Aufgang gefallen, oh, so gut, haben wir die erste Episode durch, tja, also, ich glaube, das war lange her, nun wollen wir hier, erst mal ein kleines Schluss durchzählen, in dieser ersten Episode, nur gewonnen wir Episode 2, weil wir lassen uns den Prologan gucken, tja, und diesmal geht es nicht um Toad, denn Captain Toad wird nun überentführt, und, ihr seht, richtig, Toad Daddy ist als nächstes dran, Ist da irgendwas versteckt? Nein, und da ist noch das Ziel, G. Also, also, ich frage ich dann, und dann gucken wir mal, was dann passieren wird, wieder fahren, Wingo ist wieder zurück, wir haben hier ja versiegt, wie hier folge, aber nein, und nun geht Toad, tja, richtig, Toad wird nun entführt, also, Toad wird nun entführt, also, das heißt, hier der zweite Teil beginnt, hier, Buch 2, also 2, und, und dann wisst ihr, um was es da geht, wir müssen nun mit Toad Daddy spielen, tja, richtig, Captain Toad, Treasure Tracker 2, richtig, zwei Teil, also, zweites Buch, Captain Toad wird entführt, Tja, sind ja viele, also, du wirst hier, nur mal in die Hand zusammengerechnet, also, du wirst hier spaßig werden, hier, also, von Megan, Treasure Tracker ist als nächstes dran, also, und bei Bonus, richtig, ich seht ihr, gibt es da irgendwo noch was, Achso, wir müssen da anfangen, tja, haha, so, also, 38er mehr, ich glaube, wir werden jetzt noch die ganze Stände noch nachholen, hm, wo war, da war noch ein Level, hm, hier, springt über die Bröckelstraße, da sind drei, da kann ich schon drei erkennen, irgendwo, so, so, äh, echt so dumm, haben wir nur drei Leben, also, so einig, der lernt jetzt noch gespeichert, na, ja, AAAAAAAH! Pfff! Du, 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 du... Kannst du aufpassen? Nein! AAAAAH! Pfff! Jam! AAAAAH! AAAAAH! Anni Sonni da! Pfff! AAAAAH! AAAAAH! I want me to go! AAAAAH! Leute! Also, los! Fortfahren! Spiel fortsetzen! Tja, wir machen das jetzt nochmal. Also, heute können wir mal einfach leben. So, sechs Leben. Also, das passt ja. Und raus ins Samenteuer. Tja, nun machen wir das glaube ich nochmal. Also, nochmal. AAAAAH! Es brennt über die Parkettstraße hier. Das wird... ...die man darf im Netz bezahlen. Das machen wir hier super krass. davend lumberen debe Auch das ist ein wormser. Das muss man Doublegeraden machen. Tja, aber es flaggt allen. Tja, vielleicht poem, die Als enable ich kommensy und völlig rein! So, also kommt das. Geschafft, 75. Also, was ist denn nochmal die Burnaufgabe, wenn ihr das hier wissen? Also, geschafft. Hier, einmal gesellt, also. Verdammt, aber macht nichts. Habe ich nicht alle Bonusaufgaben, obwohl da fehlen uns ja noch ein paar. Ein Activer in und Sommer für... Aber ich glaube, wir haben erst 41, also die Zeit, also wir haben nun 41, Bonus. Gucken wir mal, was da hinwarten wird. Okay, da kann man gar nicht weiter machen. Ich glaube... Wollt ihr natürlich mit... Ich glaube, wir fangen einmal mit auf hier, oder? In der Folge erstmal... Dann... Also, der große Rotzen-Germberg. Here I gooo! Also, tolleen wir fangen in der Folge noch an. Okay. Also, da- Tolle... es gibt immer zu weit Ah, so ist mein Geist. Einfach abkürzen, zu ja. Aber ich habe einen Bullock-Wallentity gesendet. ja so zwar 40 kam ich gerade auf den heutigen ans ziel oh ja ein einziger da der eine fertig also wir gehen da noch mal einen und dann die noch mal der große rutschen berg und die anderen beiden also können wir nicht so schwer sein nein so kommen wir mal wo die anders sind 7, 1, Stop! 4, 2, Stop! Hätten habe ich einen gerade gebraucht! so guck mal wie da wird Leute, weine aber die anderen, die anderen beiden müssen doch irgendwo So, geschafft, alle, kommen da ein Göffel dran. Verdammt, also, so, guck mal, wie es, also, noch mal, wir holen uns, wo ist, wo ist das eine? So, wo ist denn da? So, guck mal, wie es da wird. Ja, also, tja. So, guck mal, wie ist das eine? So, guck mal, wie ist das eine? So, guck mal, wir wandeln auf den Holzweg ans Ziel. So, guck mal, wie viel darf ich holen? So, guck mal, wie ist das eine? So, guck mal, wie ist das? So, guck mal, wie ist das? die leitze An den Tränen. Kommt da, 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 da. Ja, gesagt, also, tja, aber lernen dann, wie, einer mit der Bundesaufgabe? 44, so. Achso, als Kriegmiranias besiegt, hm, ups, Moment mal, hä, Lornfahrt, hm, hatten wir da nicht auch Lornfahrt, hm, als erstes, hatten wir da auch nicht Lornfahrt, ja, da haben wir auch Lornfahrt, eine Radmännchen besiegt, und wieso ist da, bei Captain, bei, äh, wir sind auch noch mal Lornfahrt, hm, und als drittes, hm, Lornfahrt im Abendrot, ich dachte, das ist Brot, aber nicht Abend. Waren die Beine, ich reif spiegbar? So, wir können nur gucken, was? So, wir sind gerade zwei, wir haben alle, yes. Ja, wir haben geschafft. Wir haben alle diesmal. Wir haben alle. Alter, wie war denn mal die Bull-Aufgabe? Fragezeichen. So. So, geschafft. Wir haben alle diesmal, also. So. So, einer hat die Münzen gesammelt. Okay, Nebel, wir müssen jetzt zeichnen, okay? So, wir haben insgesamt sechs davon, okay? Gibt es da einen Bonus noch, was ich da habe? Okay, so much you do it, wenn wir auch demnächst dann weitergehen, aber einmal werden wir ein bisschen, zweimal weiter, so. Nebel ist ein Zeichen im Hinterhof. Hm, war das für eine Mission? Hier I go! Ei. Was ist das? Nein! Halt auf mich zu jagen! Nein! 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 dabei fast immer alles komplett. Also schlafen. Cool, 100%. Yes. Ah, was ist das denn? Nein, sind wir raus. Cool, yes. Bitte was für mich. Yes, Spitzhacke. Ja, ich mag Spitzhacke. So, bitte da verraten. Hm, 194. Tja, kann das jemand knacken? Geht nicht auf, Toadette. Nasser Spaß im Wasserpark. Hm. Nasser Spaß im Wasserpark. Hm. Gibt es da was? So, dann muss ich da... Ah. Dann muss ich das machen. Oh. Leute, ich glaube, wir werden die Erfahrung mal noch weitermachen hier. Denn, ja. Da wird ja vorankommen. So, nasser Spaß im Wasserpark. So, Nummer 5. Ja, Nummer 5. Hier die Erfolge. Das ist das so. Hm. Das ist das so. Hm. Das ist das so. Das ist das so. wす. Das ist das so. Ah, da kommt mir THEYVEM. Das ist das so. Vi werden etwasst ochtendes vor風. Kommen da irgendwie da. Ah, das weiß ich wie es geht, Leute. Black. Hm. So. Na, den Tag da ist noch was. Wie kommt mit der Flusschen? Hm. Hmmmm... Darabend sind wir Flasabi? Und dann kommen wir? Hmmmm... Nein, 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 nein! Fuck! Nimm das hier fesch! Was hast du gebraucht?! Leute! Denken ihr, was ich denke? Pfff! So! Äh, jetzt beende ich mal das Level! Och, komm schon! Hm, so! So! Wow! So, der eine, der heute noch nahe, ach irgendwie! Wann jetzt, wie man da hinkommt! Tja! Hm, ja wohl Pech! Also, was ist nochmal die Bonusaufgabe? Okay, einer fehlt, dann hätte ich 100%! Hin und her auf der Rampenwand, Floßfahrt am Bergpass! Okay, 12% habe ich gerade! Insgesamt! Ich habe gerade 11! Pfff! So, gucken wir mal, wie ist da! Pfff! Gucken wir mal, was ich hin und her auf die Rampenwand! So! Hier che ich, da bei mir geht's! Dann wieder 2! Oh! Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, was steht da für Bulldogaufgabe? Wenig Licht? Das geht gar nicht, da Hä? Wie soll man da? Bäh! Hittet! Bäh! Hittet! Rex... Steel Sonic! Hittet! The Das war's für heute. Es ist eine Malone, ich glaube, ein Fehler, der Insight. wie kommt man denn waaah nein ich bin so idiot so wie kommt man denn wie kommt denn da bloß hin wieso das da woggen dann oh w 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